so einmal sims city so müssen wir noch da hatten wir jetzt die 18 und 18 da hatten wir jetzt bei der 19 superdruck haben wir grad bis level 20 gespielt so jetzt kommt sims city dran wie hieß die gucke noch mal mikropolis das ist weiter jetzt player das hier ist übrigens die effizienz der anordnung hier kriegt man am meisten sie sind die alle am wohlsten aber da ist auch schon wieder mit schieten mit bei also mit schiedem sinne von die zeit auf extrem schnell eingestellt ist wir wollen ja let's play ich habe das mit dem aha geschrieben gott lapis lazuli oder was ist denn hier los holy moly bitte einmal let's play ja das ist natürlich träumchen platz play zu platz play mit e mv ich habe zu oft mit uns gearbeitet ich kenne die einfachsten befehle nicht mehr ja okay hätten war genau ach so ja wir sind ja natürlich viel zu schnell so erst mal wieder schön zentrieren hier hat man wieder schön breit ziehen und erfahnd die zeit wieder auf eine normale geschwindigkeit steht oder hatten wir es nur das poslo werden kann das sein dürfte keine anfang auf jeden auf jeden fall zu passen auch so das ist so die realität erste wir hatten viel dollar gerade mal noch ja das ist nicht allzu viel dieser sind an ja sehr schön dann ist ja alles so wie sein soll immer mal auf slow wir haben überhaupt kein geld mehr um irgendwas zu machen wir können ja gerade hier gar nichts machen können wir gar nichts in die kreis system kreis system kreis denn dem end ist er will das damit ist da denn wir die wollen ein stadion haben ihr habt ja wohl okay kann man machen ach so auf leckt mir einmal an die sack die sack natürlich wieder deswegen hatte ich die mit ungern neu und lasst immer immer offen wird sich die let's play aufnehmen weil hier ist natürlich alles komplett eingestellt also das hier muss erst mal auf 9 so dann wollen wir ich weiß nicht hat mir das so englisch nicht nicht daran erinnern weil es doch viel zu teuer bisher lassen wir erstmal erstmal schon auf 0 so ein kontinuier jetzt auf slow und jetzt können wir play eine hutze die ludelei 2 200 dollar sparen wir noch bis japan bis in den vierten weltkrieg so was wollte ich jetzt sagen was wollten wir machen stadion genau die leute erwarten ein stadion ja stadion wie teuer 5.000 hier vielleicht in zwei jahren zusammen alter guter müssen wir gucken wo das ding hinkommt und da soll der flughafen hin das klingt schon besser da sollt schon mal der flughafen hin das dauert fünf jahre dass wir den uns leisten können also da soll der flughafen jetzt schon fünftemal ähm das stadion soll möglichst nahe die residentschaft ich bin gewillt das ding hier oben zu setzen das sieht aber schäbig aus deswegen bin ich vielleicht das gewillt er gewillt das hier oben so mittig hinzusetzen hier drüber weißt du können wir das am besten hier hinsetzen sorry 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 dann machen wir das ganz schickimicki das ding ist 4x4 breit dann können wir schon mal die straßen dafür hinsetzen so haben wir schon mal eine umgehungsstraße für das stadion wire ich weiß das heißt nicht so egal jetzt haben wir schon mal alles gebaut damit wir ein stadion da hinbauen können gut okay nichtsdestotrotz können wir jetzt natürlich gucken was wir noch so machen können das hat bereits 100 dollar gekostet wir verdienen definitiv zu wenig wir haben hier unbewohnte gebäude warum sind die unbewohnt mögen die unter sich sparen wir noch ich war jetzt immer noch mal sechs jahre vier jahre bis wir mit dem tempo auf die 5000 kommen cool sie müssen also gucken was wir noch so machen können um ein bisschen auf trab zu bringen wenn wir sie denn schilds bringt erst mal nichts da ist alles ausgebucht ich würde mal er fand ich reist dir noch mal ab und jetzt noch mal ein bisschen commercial macht das sind tut das sind machen ich weiß es nicht aber hier wird ja noch mit den schützen machen die qualität der folge und sowas hin ja gut ja gut das ist mir erst mal das ist mir recht gut gerade derzeit da kostet ein gebäude bereits 500 1000 überlegen überlegen hier können wir noch die denn schützen machen ist doch erstmal anbieten vor allem dadurch dass sie unbewohnt sind wird denn hier unten definitiv auch unbewohnt sein ich kann hier hier oh mein gott so kann man am effektivsten feuer bekämpfen das vorher kann ich nicht mehr ausbreiten weil es brecht sich nur über bebautes gebiet aus und halt also über straßen oder über halt wohnungen klassisch und noch 600 immer weniger ich glaube die sind mit etwas wirklich unzufrieden zu steuern ich bin mal am arsch hier steuern zu weiter steuern hier auf der katastrophe drauf zu und hier kommt die methode zu steuern alter ich glaube es ja wohl ja so steuern ist schon klar oh gott unsere werte sind ja im keller das problem ist die polizei die mega über crime ähm police 200 dann haben wir ja wir ne 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 wir 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 sparen erstmal auf ähm stadion und dann werden wir sehen ne was so was die zeit bringt ob wir denn noch ein bisschen irgendwann mal dazu komplizieren so was bisschen ausbuchen ich will doch endlich mal ein bisschen krünwiese hinbauen irgendwo hier gut ok kommt fertig wir brauchen wir brauchen wir brauchen die ganze scheiße die sind brauchen wir brauchen immer mehr UV anlagen aber kann man kurz gehen auch wenn die auf die will und garantiert komplett low class aber doch klar das will doch gut wir müssen wir müssen erst mal hier mittel klar hier schon wieder klar okay was ist hier so ist ja komisch denn city medium gesetzt mal hier irgendwie wissen wissen was machen wir das bleibt hier aber wir reißen das hier alles wir sind dafür ein bisschen park so wire mal gucken ob das was berlin lower class praktisch immer zu viel park 20 dollar Park Park Query Lower class Keine vergessen So, da unten ist mittlerweile alles Abgeraucht Kann ich also hier wieder etwas hinsetzen Wire Park Ha 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 Oh Boulders Poing Presidential Park Ja ja, klapp jetzt Oh, es ist ein Gleis abgebrannt, kann das sein? Oder hat man da doch gar nichts hingesetzt? Ähm Rail Nö, brauchen wir grad nicht, ne? Können wir so lassen, können so bleiben Steuer kein Boulders Wir müssen erstmal hier alles abreißen, was hier Mehr oder minder illegal Oder scheißegal Oder Wire Komplett unrational ist Oh, oh Haben wir hier immer so ein bisschen Park in der Mitte, weißt du? Vielleicht Ähm Was ist das denn dafür, dass der Value umfang ein bisschen steigt? Gucken wir mal schon mal Lower class Middle class Lower class Das System wird mittlerweile ein bisschen gestiegen Mittel class Ah ja Ah Das ist wirklich Das ist mit Das ist jetzt Nee Mittel class war es doch schon von davor, oder? Ich weiß nicht, ich mache keine Ahnung Das ist alles hier so willkürlich Ich bräuchte definitiv mehr Park Ich bräuchte definitiv mehr Park Ah Steigt dann mal wieder an Hier unten werden wir auch mal ein bisschen klauen Oh hier unten für die Verbindung Jetzt sind die ganzen Gebäude hier über diese kleine Verbindung hier angebunden Nett Wire Jetzt machen wir euch schnell wieder hin, bevor die anfangen zu weckern Tu sie zwar nicht, aber Park Man muss ja nicht beutreiben So Hätten wir hier unten bei der Industrie, da ist Value komplett irrelevant Irrelevant So Dann Aha Siehst du schon Entschuldigung, die ersten Ähm Die ersten Gelooterern Dinger da Crime Alert unten in der Industrie? Was ist da für ein Crime? Da ist gar kein Crime Alert Da wurde das Wort Crime noch nicht mehr erfunden Full Desert Junge ferm Oh Park HaHaHaHaHaHaH Hahahaha Kolor Bull Desert Dann wird da aber langsam nicht der Verkehr gegangen schön heftig Boong Boong Der Verkehr geht jetzt gerade die ganze Zeit komplett hier rüber nur noch Also und hier unten, natürlich klar achten mittlerweile langsam wieder können wir doch mal ein stadion holen genau verbinden da und da brauche ich noch nicht ist jetzt aber trotzdem schon mal hin genau da ist bereits zwei straßen habe ich hier eingespart bin ich geizig park ich glaube so kommt dass es hier noch all zu viel bringt aber man weiß ja nicht so hier unten noch also beide welche die straße karten da kommen wir ehrlich und da wo noch straße fällt auf die eine straße kommt weg die andere kommt hin noch ein bisschen eine lücke ach so ja klar hier ist ja die straße runter gehen würde dann irgendwann mal wenn die soweit ist wenn sie denn dann fertig ist was jetzt genau wire haben wir abgebaut auch so will koppel hier im keller ist heute mal gehört hatte ich könnte ich meine ok wir müssen jetzt mal hoffen dass es steigt nein ich wollte fragezeichen machen nicht hier zerstören dass der lower class oh gott es fängt wieder an mittelklasse jetzt haben wir hier oben mehrwert als mittelklasse klar 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 ist jetzt hier unten jetzt haben wir hier unten weniger als oben mittelklasse ich verstehe das nicht hä wieso kein strom ich habe dich gleich mal die lower class lower class ist ja scheiße aber gut in der hoffnung dass in der hoffnung dass das etwas bringt tue ich mal was denn jetzt da police ich hoffe das bringt was ich habe keine ahnung so wie sollte man eigentlich runter gehen hier leid hat das geht doch das sieht doch schon mal gut aus crime hier sogar safe leid hey warum ist hier ein safe hier gibt es doch überhaupt nichts vielleicht kommen sich jetzt hier ein bisschen mehr rein mittelklasse 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 na gut ich würde sagen das war es erstmal gucken wir mal denn in der nächsten staffel folge was auch immer was da so abgeht safe city und dann schau mit v